Rein in die Partie und wir gehen direkt in die 17. Spielminute. Freistoß für Osnabrück nach einem Foul von Ceyhun Gülselam. Michael Hohenstedt führt aus auf Tobias Villas und der zieht einfach ab. Was für ein Sonntagsschuss, keine Chance für Alex Rehberg da ranzukommen. Und auf so ein Tor kann man gerne noch einmal schauen, auch wenn es nicht für unsere Farben war. Ich glaube im Ruhrpott würde man sagen, was eine Kirsche, klasse Tor auf zur 1-0-Führung für Osnabrück. Ich glaube im Ruhrpott.